Und hier kann man jetzt super sehen, das ist hier quasi die Möglichkeit, wo man dann grillen kann. Ist auch vor ein paar Jahren erst entstanden, das geht zur Radtour dazu, wenn man hier durch Dreie fährt, dass man hier kurz anhält, sodass man hier grillen kann. Dann kannst du hier baden an der Alten Weser. Hier hinten fahren die ganzen Schiffe lang und mal rauf gucken. Ja, ich muss immer so gucken, dass ich keine Menschen raufkriege hier, sonst können die sich beschweren. Ah, das ist quasi die alte Weser einmal so gezeigt. Mit einem neuen Weser quasi über die Schiffe fahren.